Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Videoreihe Spar Dein Geld. Ich teste eure High-End Make-Up Wunschliste, damit ihr euer Geld sparen könnt und keine Fails mehr zu Hause habt. Ich habe uns ein paar neue Sachen, die brandneuer zu Sephora gekommen sind, zugelegt, um sie mit euch gemeinsam jetzt hier in so einem kleinen First Impression zu testen und damit ihr wisst, welche Produkte lohnen sich wirklich, wenn ihr das Geld für High-End Make-Up ausgeben wollt. Ich glaube aber, dass es gerade jetzt, wenn wir so Richtung Weihnachten gehen, die Weihnachtswunschliste wird ein bisschen erweitert. Vielleicht ganz spannend sein könnte, dass ich wirklich High-End Make-Up teste und euch dann in dem Video sage, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das nicht? So könnt ihr euer Geld sparen und habt wirklich keine Fails mehr. Und deswegen würde ich vorschlagen, starten wir in die erste Runde. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich möchte auch einfach gleich loslegen. Wir starten mit einem neuen Produkt von Fenty Beauty. Das ist die Ease Drop Lit. Die gab es ja schon als Foundation, als Ease Drop Foundation. Das ist jetzt aber ein All-Over-Glow-Enhancer. Und ich habe den in der Farbe Pink Pearl. Hier sind 36ml mit drin. Und ich muss sagen, ich mag das Packaging von der Ease Drop Foundation sehr gerne auch. Die Ease Drop Foundation ist eine sehr gute Foundation. Ich bin ehrlich, ich habe ihn schon geswatcht und ich war ein bisschen schockt, weil ich mir was ganz anderes vorgestellt habe darunter. Auf den Promobildern sah das Ganze wirklich aus wie ein Liquid Highlighter. Und ich dachte mir so, okay, naja, Liquid Highlighter habe ich jetzt eigentlich genug. Und meistens gibt man sich den drunter oder mischt den irgendwie in eine Foundation mit rein. Aber ist es nicht. Das Ganze kommt in dieser Quetschtube und es steht auch drauf Shake Well. Und wir werden das Ganze auch wirklich noch einer halben Seite machen, denn ich habe noch eine neue Foundation, die ich testen möchte. Das Ganze kommt in dieser kleinen Quetschtube und ich swatch es euch ganz kurz mal auf der Hand. Das sieht auf dem ersten Eindruck wirklich aus wie so ein Liquid Highlighter. Aber sobald du ihn verblendest auf der Hand, verschwindet der und hinterlässt nur so ein Hauch-Glow. Also kein glitzeriger Glow. Ich habe ihn euch vor ein paar Tagen schon bei Instagram gezeigt. Das ist eher, ich würde es von der Konsistenz her wie so ein Serum beschreiben. So könnt ihr sehen, ja, das hat doch schon ein bisschen Bums, ne. Aber dann blendest du das in deine Haut ein und das hinterlässt keinen glitzerigen Schimmer. Und wenn wir uns die Seite einmal anschauen, die jetzt verhältnismäßig matt ist. Und diese Seite hast du so ein Glow from within. Also kein glitzeriger, ich habe keine Alternative dafür gefunden. Das ist ganz verrückt. Wenn ich jetzt sage, beispielsweise der auf Halo Glow, der hat eine Deckkraft, der hat Glitzerpartikel mit drin. Der hat keine eigenen Glitzerpartikel drin. Das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Es sieht tatsächlich auf der Haut sehr, sehr schön aus. Was ich mich hiermit sehr gut vorstellen kann. Schade, dass er jetzt erst rausgekommen ist im Sommer, ne. Wenn du so ein bisschen tieferen Ausschnitt hast oder, weiß ich nicht, ein Kleid anhast oder deine Beine zeigst. Das auf die Beine, weil dann hinterlässt es so einen Hauch an, was hat sie benutzt, hat sie eine Creme benutzt. Es ist alles so ein bisschen frisch. Das muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ich habe mir, wie gesagt, was komplett anderes vorgestellt. Ich bin gespannt, wie Foundation darüber funktioniert. Ich habe viele Reviews gesehen mit der East Drop Foundation und meistens ist es auch so, dass High-End Brands wirklich ganz explizit darauf achten, dass die Produkte sehr gut miteinander funktionieren. Sie testen natürlich, wie die Produkte generell funktionieren und dann auch nochmal, wie sie in Kombination mit anderen Produkten funktionieren. Angeblich soll man sich das Ganze auch wirklich in die Foundation mischen können, was die Foundation ein bisschen frischer machen soll, ein bisschen leichter machen soll und ihr so einen leichten Glow hinterlässt. First Impression gefällt mir aber gut, weil es sehr subtil ist. Und jetzt wird es spannend, Freunde, und jetzt wird es teuer. Denn ihr wisst, ich mag Hourglass-Produkte sehr gerne, weil ich der Meinung bin, dass sie es wirklich geschafft haben, die Arbeit mit Licht so ein bisschen im Make-up zu perfektionieren. Sie können ganz besonders mit ihren Produkten und ihren Formulierungen Licht streuen. Und das sieht, ich finde in der Kamera immer noch schöner aus als in echt, aber es gibt wirklich tolle Produkte, die auch im Alltag wirklich die Haut sehr, sehr weich zeichnen. Und ich habe wochenlang nach dieser Foundation gesucht. Ich war im KDW, ich war bei Douglas, ich war bei Sephora, ich habe sie nirgendwo gefunden. Das ist die neue Ambient Soft Glow Foundation. Hat diese recht schlichte Verpackung, muss ich sagen. Hier sind 30ml drin. Made in Korea, assembled in USA. Ja, was denn nun? Die Foundation in Korea gemacht und dann in Säcken nach Amerika geschickt worden? Weiß ich nicht. Packaging auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat auch dieses typische Hourglass Brown in der Kappe. Ich habe sie in der Farbe 6.5. Ich habe sie gestern mal geswatcht, da sah sie ein bisschen gelb aus auf der Hand. Wir probieren es aber aus auf beiden Seiten und so haben wir auch wirklich nochmal einen Vergleich. Die Foundation liegt bei 50 Euro. Das ist schon eine Menge auf der anderen Seite. Im Vergleich zu Hourglass geht es schon wieder, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich nehme hier ein Foundation Brush, das ist einer von Real Techniques. Und starte erstmal auf der East Drop Lit Seite. Die Farbe sieht gar nicht schlecht aus. Und buffe mir wirklich eine leichte Schicht erstmal. in die Haut ein. Kein Duft, den ich jetzt wahrnehmen kann. Ja, ein bisschen gelblich scheint sie mir doch. Die Deckkraft ist sehr, 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 sehr gut. Und dann blende ich mir das Ganze mit dem Beauty Sponge einmal noch ein bisschen ein, um diese kleinen Streifen wegzukriegen. Ich würde mir da im Alltag, das mache ich meistens bei, ich habe mittlerweile für mich den richtigen Unterton meiner Meinung nach gefunden, ich mische mir immer ein bisschen Blush mit rein und dann passt das vom Unterton ein bisschen besser, weil ich immer einen recht geröteten Hals habe. und dann sieht das immer nicht ganz so unpassend aus. First Impression auf der Haut, Deckkraft mehr als gedacht. Ich finde es gut, dass sie nicht parfümiert ist. Das muss man sagen, bei den meisten High-End Produkten ist es so, dass sie sehr stark parfümiert sind. Ich habe sie mir aber glowiger vorgestellt. Also ich hole euch mal ein Stückchen heran. Das ist die Soft Glow. Ja, doch, würde passen, ne? Soft Glow. Einmal ganz, 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 ganz nah, sodass ihr das Hautbild gut erkennen könnt. Und man sieht tatsächlich nichts, dass man was drauf hat. Ich finde, je länger sie auf der Haut sitzt, desto glowiger wird sie, weil die Wärme natürlich auch noch ein bisschen mit der Foundation arbeitet. Hier im Vergleich ist es alles so ein bisschen unebenmäßig, aber hier recht gut ausgeglichen. Die Farbe stört mich jetzt ein bisschen in der Kamera. Hier im Alltag geht es tatsächlich sogar. Wir machen mal die andere Seite. Sie haut mich jetzt tatsächlich nicht so um, aber ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, was ich habe, weil ich halt wirklich viele Drogerie-Foundations mittlerweile auch schon getestet habe. Und ich weiß, dass es sehr, sehr gute Foundations in der Drogerie gibt. Sie erinnert mich ein bisschen vom Finish. Jetzt weiß ich es auch an die True Skin Foundation von Catrice. So vom Mattigkeits- und Glowy-Effekt, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir lassen sie jetzt mal ein paar Minuten auf meiner Haut und machen mal ein bisschen weiter. Denn ich habe mir vor zwei Wochen was gekauft, was ich gesehen hatte bei Fenty Beauty. Das sind die Match Sticks. Und die gab es in neun Farben. Und ich habe sie in Rose Quartz gekauft und ist mir viel zu hell gewesen für unter die Augen. Das sollte so ein bisschen wie ein Under-Eye-Corrector sein. Er hat einen schönen Pinkstich. Er ist für mich aber zu hell. Wir benutzen den aber dennoch gleich. Ich zeige euch nämlich, was ich damit gemacht habe. Und dieses Ding ist wirklich krass. Ich habe den noch nie benutzt. Erstmal Packaging wirklich schön. Ich habe mir den jetzt auch nochmal gekauft. In der Farbe Ember Sweat in 09. Ein Contouring-Stick. Ihr seid ja immer ganz scharf auf Contouring-Sticks. Es fühlt sich ein bisschen cheap an, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen Fenty-Produkten. Also recht leicht. Aber wir probieren den Contour-Ton als erstes aus. Das ist die Farbe Ember Sweat 09. Und das ist ganz krass. Die Formulierung ist so ein bisschen Cream to Powder. Sie fixiert sich recht schnell und wird dann so ein bisschen pudrig. Das ist nicht so ein Glowy-Produkt. Sondern das ist wirklich so ein... Kannst du auch benutzen, wenn du nichts im Gesicht hast. Extrem kühl. Und das ist eine sehr, sehr gute Contour-Farbe gerade. Ich bin jetzt auch mit Absicht nicht ganz so ordentlich, weil ich gleich mit dem anderen Matchstick so ein bisschen korrigieren möchte. Farbe ist sehr, sehr schön. Wir heben den mal noch kurz hier auf und benutzen etwas anderes, auf das ich schon seit fast Monaten ein Auge geworfen habe, aber immer zu geizig war, es selber zu kaufen. Freunde, mir geht es genauso wie euch. Ich bin da immer ein bisschen geizig und denke mir, ah, naja, brauchst du nicht. Und für ein High-End-Produkt machst du kein ganzes Video. Das ist der Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Ja, weichzeichnet. Healthy Looking Glow, ein Cream Bronzer für Face and Body. Hier sind 21 Gramm mit drin. Das ist ein riesengroßes Ding. Sehr groß, sehr schwer. Charlotte Tilbury halt, sehr hochwertig. Ach, verrückt. Es sieht aus wie ein Puder, ist es aber nicht. Es ist auch wieder so eine Cream-to-Powder-Formulierung. Wir nehmen jetzt mal diesen Pinsel hier von It Cosmetics, gehen hier einmal ganz leicht rein und tupfen jetzt einfach mal hier willkürlich rüber. Ich habe ihn mir Glowiger vorgestellt. Er ist sehr pigmentiert. Da habe ich mich gerade so ein bisschen unterschätzt. Ich habe die Farbe Medium auch übrigens. Ich gebe mir den jetzt erstmal hier so ein bisschen auf die höchsten Punkte, über die Nase und hier über die Augenbrauen. Das mache ich persönlich ja immer ganz gerne. Extrem pigmentiert, vorsichtig. Also das habe ich gerade so ein bisschen, habe ich ein bisschen geträumt. Er hat ein ganz spannendes Finish. Also er ist auch hier wieder auf der Haut in echt nicht so gut zu erkennen. Also man erkennt nicht, dass da ein zusätzliches Produkt drauf ist. Ich gehe jetzt nochmal mit der Foundation-Seite hier einfach rüber, um es ein bisschen weicher zu machen. Und dann haben wir eigentlich ein sehr schönes Finish. Auch das ist, glaube ich, ein Produkt, was man benutzen kann, wenn man nicht unbedingt viel Make-up tragen möchte. Seid aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger. Jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen unordentlich aus im Gesicht. Und dafür ist der wirklich krass, dieser Matchstick Rose Quartz. Ich gehe damit einfach hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und auf der Nase und habe mir damit Highlights gesetzt. Und das Krasse bei diesem Produkt ist, den habe ich jetzt die letzten Wochen auch wirklich, oder die letzten zwei Wochen habe ich ihn ungefähr schon hier, regelmäßig benutzt. Auch das wird so eine Cream-to-Powder-Formula. Also ihr braucht dann am Ende kein Puder mehr. Gehe jetzt einfach mit einem Brush hier lang und arbeite mir das ein und habe sofort hier ein Highlight gesetzt. Und das alles so ein bisschen korrigiert. Und jetzt seht ihr auch, wenn ich so ein bisschen zur Seite gehe, diesen krassen Highlighting-Effekt. Den gibt es in verschiedenen Farben. Weiße Farbe leider nur. In dieser Farbe und in einer wesentlich dunkleren Farbe. So sieht sie zumindest aus. Aber ihr habt sofort diesen Highlighting-Effekt ohne diesen schmierigen Concealer-Look. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt, das ist ganz verrückt gerade, was mir auffällt. Alle Produkte, die ich bis jetzt benutzt habe, außer die East Drop Lit Foundation oder dieser Glow Enhancer, sind voller Textur her so, dass sie aussehen wie schon ein bisschen abgepudert, aber trotzdem diesen natürlichen Glow durchgeben. Also ihr seht das, ne? Die Foundation hat sich jetzt recht gut mit der Haut verbunden und sieht nicht mehr so matt aus, sondern ein bisschen weich gezeichnet da. Der Bronzer ist sehr weich. Ich bin noch nicht überzeugt von keinem Produkt gerade wirklich, außer von diesem East Drop Ding, weil es einfach sehr, sehr schön auf der Haut aussah. Ich mache mal ein bisschen Concealer drauf. Das rettet immer ein bisschen was. Und gibt mir so ein bisschen mehr Deckkraft ins Gesicht. Ich lasse den ganz kurz ein bisschen antrocknen. Also ihr seht es jetzt auch. Ich kann den Matchstick immer noch verblenden auf der Hand, aber sobald ich den verblendet habe und der sich so ein bisschen eingearbeitet hat, wird der sehr, sehr pudrig. Also es ist ganz, 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 ganz spannende Textur. Und da sieht man tatsächlich so ein bisschen noch, und das ist mir ganz wichtig, dass wir einmal da kurz drüber gesprochen haben, der High-End Beauty Markt gibt dem Drogeriemarkt die Trends vor. Es ist meines Wissens nach noch nie vorgekommen, eine Drogerie-Beauty-Brand ein Produkt diktiert und High-End-Brands das Ganze kopieren. Zumindest so nicht, dass ich wüsste. Mit Concealer wirkt das Ganze jetzt ein bisschen aufgehellter unter den Augen. Und auch das ist ganz spannend mit diesem helleren Kontoton oder diesem helleren Highlighting-Ton von Fenty, dass ihr eure Augen wirklich sehr, sehr hell machen könnt oder so punktuell Highlights setzen könnt, ohne dass da Glitzer mit drin ist. Ich weiß, dass viele Glitzer-Glitzer nicht mögen. Ich liebe das, wenn so ein leichter Glow mit drin ist. Ich liebe diese Kontur gerade. Sieht aus, als hätte ich drei Monate nichts anderes gemacht, außer Sellerie gegessen. Du musst sagen, jetzt mit Concealer sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Aber das ist bei mir eh immer ein bisschen schwierig. Was sagt ihr? Seht ihr jetzt schon vom Gefühl her zumindest einen Unterschied zu Drogerie-Make-up? Ich kann mir vorstellen, nein. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit der anderen Seite hier vom Ambronzer hier unten lang und erzeuge so einen künstlichen Schatten unter meiner Lippe. Das macht die Lippe immer so ein bisschen größer. Hm. Foundation auf der Stirn gefällt mir ganz gut. Beim Rest sieht man ja nicht mehr so viel. Wir fixieren das Ganze mal. Auch nur ganz leicht. Und dafür nehme ich meinen Giacomo Microfiber Multi-Tool Mini. Gehe in das Huda Beauty Easy-Bake Puder rein und fixe hier wirklich nur unter meinen Augen. Eigentlich ganz schön aus. Verrückt. Also Bronzer und der Bronzer und die Kombination mit dem Contour-Stick sind ganz toll. Ich zeige euch mal die Farben. Das ist der Bronzer. Der ist sehr, 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 sehr warm. Aber auch nicht zu warm. Und der Contour-Stick daneben ist extrem kühl. Und ich habe neulich ein Video, neulich, das ist schon ein paar Wochen her, ein Video bei TikTok gemacht, dass viele das in Anführungszeichen falsch machen. Versteht es nicht falsch, aber theoretisch. Viele konturieren mit einem Bronzer. Und das Problem ist, dass ein Bronzer Volumen gibt durch die Farbe, optisch. Ein Contour-Ton setzt einen Schatten und drückt das nach hinten. Und das wollen wir ja im Wangenbereich. Probiert wirklich mal aus, mit zwei separaten Produkten zu arbeiten. Ich weiß, wir sind alle so ein bisschen verwöhnt von dem Hattie-Bronzer mit Love, der irgendwie alles so ein bisschen zusammen gemacht hat. Es macht aber doch optisch zumindest einen großen Unterschied, welche verschiedenen Farben ihr benutzt. Wir haben noch was anderes. Und eigentlich wollte ich sie gar nicht verwenden, weil ich die ja wirklich nur sammle. Ich weiß nicht, ich finde das süß. Das sind diese Natasha Denona Mini-Paletten. Und ich weiß, dass viele von euch die auch immer ganz schön finden, weil sie verhältnismäßig, es tut nicht ganz so, wie 25 Euro für Lidschatten auszugeben als 70 Euro, obwohl du da natürlich auch nur ein Bruchteil mit drin hast an den Farben. Aber das ist die Bronze-Palette, die Mini-Bronze-Palette. Und die Bronze-Palette ist von Natasha Denona wirklich einer meiner liebsten Paletten. Die Texturen waren sehr, 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 sehr spannend. Und wir probieren die jetzt einfach mal aus. Und starten mit einem fluffigen Blendepinsel mit der Farbe Gobi. Das ist dieser Ton hier, ein schöner Transition-Shade-Ton. Und den platziere ich mir einfach mal direkt hier ganz frech rauf. Bei Natasha Denona weiß man immer vorher nicht so richtig, welche Textur das ist. Manche Mattentöne sind sehr, 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 sehr pudrig. Manche haben aber auch diese Cream-to-Powder-Formular. Manchmal sieht man es aber nicht immer. Das ist ein matter Ton, ein trockener Ton. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das andere Farben sind als in der großen Palette. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die kleineren immer ein bisschen besser sind. Extrem pigmentiert. Extrem pigmentiert. Und ein sehr, sehr schöner Bronzy-Ton. Mit einem etwas kleineren Blendepinsel in die Farbe Russet. Das ist hier so ein roter Ton. Ich benutze diese hellen Töne meistens gar nicht. Klopfe ein bisschen ab, weil die roten sind immer ein bisschen trockener bei ihr, erfahrungsgemäß. Und setze mir das hier mit rein. Und wollte die andere eigentlich gar nicht so intensiv haben, so wie sie jetzt ist. Das sollte eigentlich die Hauptfarbe werden. Was man in der Tasche Denona lassen muss, ist, sie kann, Lidschatten kann sie wirklich. Also, alle anderen Produkte sind gut, finde ich. Gibt es aber auch wirklich bessere Alternativen. Bei Lidschatten ist sie wirklich meiner Meinung nach mit recht weit oben, in Anführungszeichen, leider. Warum habe ich das andere auch nicht gleich mitgemacht? Ich bin ja auch wirklich heute am Quatschen. Aber das ist halt immer so, wenn man ganz viel Quatsch dabei und so ein bisschen probiert, euch Sachen zu erklären, dass man ein bisschen träumt. Ich mache mal schnell die andere Seite. Also, die Farben harmonieren sehr, sehr gut miteinander. Hier seht ihr es, hier habe ich ein bisschen weniger Produkt benutzt. Und dann lassen sie sich auch noch ein bisschen leichter ineinander einblenden. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch wesentlich dunkler gehen. Und dafür benutzen wir hier die dunkelste Farbe. Die nennt sich Taff. Und auch die platziere ich mir komplett auf mein bewegliches Lid. Und das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesen Mini-Paletten von Natasha Denona. Und der Vorteil auf der anderen Seite auch wieder, dass du nicht so viele Möglichkeiten hast, damit Lux zu schminken. Manchmal will ich das aber auch gar nicht. Also, ich möchte eine Palette haben, vor allem wenn ich im Urlaub bin oder weiß, ich habe irgendein Event oder ich nächste Woche zum Beispiel oder diese Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht, bin ich zum Beispiel bei der Cosmopolitan für eine Challenge, für ein Interview. Und da möchte ich Produkte haben, auf die ich mich wirklich verlassen kann und wo ich nicht experimentieren möchte. Wo ich nicht davor sitzen möchte morgens im Stress und sage so, huh, huh, was schminke ich denn jetzt? Und das ist mit diesen Mini-Paletten immer ganz gut. Ich muss auch sagen, ich mag diese All-Over-Matt-Looks tatsächlich immer sehr gerne. Ich swatche euch aber trotzdem nochmal hier den schimmrigen Ton. Oh ja, der ist krass gold. Aber er hat so einen leichten roten Touch. Ich nehme mal nur den Rest hier auf den Finger und tupfe den hier ganz leicht rüber, nur für so ein bisschen Bewegung. Oh ja, hm, das macht das Ganze wirklich noch ein bisschen finaler. Also, da bin ich tatsächlich gar nicht überrascht. Das war auch wirklich eigentlich nur so ein Kauf, den ich gar nicht reviewen wollte, weil bei Natascha Denona ist meiner Meinung nach sehr, sehr selten ein Flock mit dabei, außer die Pastellpalette. Die war halt eine Pastellpalette, ne, da kann halt nichts werden. Während der Wimpernkleber ein bisschen antrocknet, zeige ich euch mal eine Lippenkombination, die ich ganz gerne mache. Egal welchen Lip Liner. Ich habe jetzt hier einen von Anastasia. Das ist die Farbe Deep Taube. Und dann nehmen wir diesen Matchstick in der hellen Farbe und blenden den so ein bisschen da rein. Und das Schöne bei dem ist, der ist halt matt. Also das ist kein glossy Look. Eher so ein bisschen trocken. Und dann nehmen wir einfach ein Lip Gloss und haben ein wirklich schönes Make-up. Sagt mir gerne mal, wie ihr den Look findet. Ich muss sagen, er sieht nett aus. Es ist jetzt aber auch, wobei die Foundation auf der Stirn gefällt mir sehr gut. Sie diffust das Licht. Hier natürlich auch nochmal ganz besonders toll. Bronzer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tatsächlich, wenn man ein bisschen weniger benutzt. Es war jetzt kein Flop dabei. Ich glaube, dass es einfach auch reicht, wenn ich euch das zeige. Und ihr für euch auch so ein bisschen selber eure Meinung bilden könnt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wie haben euch die einzelnen Produkte gefallen? Gibt es hier eins, wo ihr sagt, das würde mich aber wirklich mal interessieren? Ein overall wirklich schöner, gelungener Look meiner Meinung nach. Mit einer Tasche und einer Honolid-Schatten macht man nichts falsch. Ich empfehle euch wirklich, nehmt die kleinen Paletten. Es ist wesentlich einfacher, damit zu arbeiten. Und dann würde ich mich bedanken, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir sehen uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.